Eine Tugend Eli, mach mal das Licht an da drinnen, ich will es mal sehen Achso, hinten dran so ein roter Knopf Kriegst du es? Jaaa Das ist cool Ne, da ist noch weit genug weg Was denkst du? Das sieht man nicht jeden Tag Das ist auch so, dass Mama und Papa das auch richtig gerne so hat Hihihi Musik 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 Ich schwöre dir, das blöde Geschwören im ganzen Dorf, da krieg ich ja Geschwüren. Was ist denn jetzt? Setzen wir uns mal an die Teufel, dass wir mal ein schönes Foto machen können hier. Was für eine crazy Teufel, ey. Yes, ey. Was ist das? Da kommt immer wegen Stimmung auf. Jetzt schert es hier gleich. Wenn man dann filmt und so einen Donner aufnehmen will, kommt keiner. Da könntest du reinschampen. Ist tief genug? Hier kannst du auf jeden Fall springen. Das ist cool. Die hört uns nicht, die ist hier drin. Das höre ich nicht, weil die ist am Strand noch vorne. Hallo, es läuft wieder vor. Bis zum nächsten Mal.